Hallo zusammen, hier ist Emily von meinem dritten Account. Wir gehen wieder in den Traumland um und versuchen uns ab Kampf 371. Die war Geschichte. Sehr schön. Kaputt. Jeeey. G. Auch die sind gefallen. Sehr schön. Super. Kaputt. Okay, da haben wir jetzt mal drei Runden für gebraucht. Und dann kommen wir jetzt hier zu 380. Und der war wieder schnell im Moos. Sehr schön. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.